Okay, einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns mächtig, dass wir hier im Tonhallenkonzert in der Rampe spielen dürfen. Wir möchten uns zunächst mal bei Felix Petry und Babbel und auch bei Ewi an der Kasse für ihre hervorragende Arbeit vorher, nachher und in der Nachbereitung bedanken. Wir sind Gianni Mimbo, Sopran-Saxophon, John Lücker am Schlagzeug, John Huth am Kontrabass und ich heiße Owe Volkplatz und spiele Bass und Kontrabass-Klarinette. Schönen Abend, viel Spaß. Applaus Applaus Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018